Was ist die erste Behandlung? Eigentlich wirklich diese erste Behandlung, durch diese erste Krone, war für mich klar, dass ich mir gerne Veneers wünsche, um ein schönes Lächeln zu haben. Und es war für mich von Anfang an klar, das mache ich hier. Ich war so begeistert, dass selbst die Zahnärzte in Deutschland gesagt haben, dass sie noch nie so eine schöne Krone gesehen haben. Dadurch, dass es ja auch direkt am Frontzahn war, war es mir auch sehr wichtig, dass es halt sehr gut aussieht. Und ja, dann habe ich mich halt dafür entschieden, noch mal zu kommen, um mir halt die restlichen Zähne machen zu lassen mit Veneers und leider noch mal eine Krone. Und bin mit dem Ergebnis mehrheit zufrieden, wirklich. Also ich würde immer wieder kommen, ich würde es jeden empfehlen. Man wird hier so herzlich aufgenommen, also es ist einfach schön. Und ich bin auch Angstpatient, das muss man dazu sagen. Ich habe ganz große Angst vor Zahnärzten, aber hier nicht. Also es ist wirklich schön, man fühlt sich wohl. Komplett fünf Sterne. Komplett. Habe ich auch. Habe ich auch gemacht. Komplett fünf. Es gibt nichts, was irgendwas dagegen spricht, vier Sterne zu geben. Es sind wirklich fünf. Also ich muss wirklich sagen, das ist natürlich der Preis. In Deutschland würde ich wesentlich viel, viel mehr bezahlen. Und dazu natürlich, wie man hier aufgenommen wird und die Qualität. Die Qualität ist wirklich, also diese drei Sachen zusammen sind einfach perfekt. Auf jeden Fall hierher, wenn es irgendwas gibt, wo man sich nicht wohlfühlt, wo man halt auch Geld sparen möchte. Freunde, die Angst haben vor Zahnärzten, genauso wie ich, würde ich immer empfehlen, das mit einem schönen Urlaub zu empfehlen. Vielleicht im Sommer ist dann noch schöner. Aber ja, also ich würde das immer empfehlen. Lachen mit dem. Ja. Ja.